das ist so irgendwas wo man sagen würde da könnte eine flüge ist da ist noch also eine fähigkeit du ziehst erst hoffen die fähigkeit wurde die steht da hier mittendrin ist die oben auf dem dach die ist unten am boden haben die einen brunnen ich finde es halt immer noch geil dass die einfach alles abfackeln ich suche einen keller weiße maske ich brauche einen den keller ja heute so vieler wollte ich brauche einen keller vielleicht wenn ich da man da gehen im momentan sehen wir gar nichts aber ich würde gerne wissen ob es den keller gibt also geben ja aber wie man da reinkommen da ist der eingang da schaut es doch danach aus wie wir da irgendwie unten reinkommen oder auch nicht da ist ein eingang ähm wo sinds der blute eingang da ist er alle müssen sogar in der nähe vor dem ding es ist der keller das war jetzt eigentlich nicht geplant aber hey reiha schnabelt nämlich gerne für was auch immer misstrauensgebiet als ob es mich interessiert was die von mir denken ich habe gerade in ihr ganz anderes kloß auseinandergerissen mir war das gar nicht ich werde raten sehen muss ich immer an äh geiles spiel schauts bei mir oder Sturzflug der Valkyria äh oh du edender Drecksack alter hast du mir nicht sagen können wie du da reinkommst es gab hier echt einfach eine Tür runter oh wow die war halt echt einfach am ende von dem verdammten gang so jetzt ist die frage was ist Sturzflug der Valkyria äh wo ist Sturzflug der Valkyria äh 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 da ist es Sturzflug der Valkyria alter wuhu zuweißen x haut es den so einen Arm weg ja alter wie geil entschuldigung was braucht das eigentlich alter so muss ich mal springen können mit der Axt und dem ganzen scheiß ich guck da alter der Knotzen von Typen ne kann nicht sein dass das hier wieder da ist hoff auf und hoff vorn warte mal habt ihr hier irgendeinen scheiß drin aha vorräte 100 und ernsthaft man kriegt doch vorräte so uah voll in den Misthaufen rein oder im Abfallding halt ne gut das ist jetzt auch nichts besonderes na gut dann ziehen wir mal zur Hauptgeschichte weiter hätte ich gesagt ins Dorf können wir später auch noch schauen ich wollte jetzt auf jeden Fall bloß noch plündern damit wir genug Zeug da haben das 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 habe ich gerade geplündert ladies wir waren da gerade weil mich wird gerade was da drüben interessieren Leder was ist das da? keine Ahnung ok wir müssen mal kurz da drüben schauen das geht hier nicht anders das geht hier nicht ort entdeckt wie kaum oder wie charm oder wie charm Da steckt eine Axt drin. Okay, hier ging es ganz lustig zu. Hey da, Fremder. Entschuldige, ich spüre einen leichten Schmerz. Siehst du etwas an meinem Kopf? Vielleicht einen Ausschlag oder Schnitt, der einfach nicht heilt? Sieht aus wie eine Kampfwunde. Ah, das dachte ich mir. Es muss von meiner letzten Schlacht stammen. Aber du solltest den anderen sehen. Den hat es schlimmer erwischt. Schlimmer als? Das kann durchaus sein, ja. Wenn er kopflos ist. Meine Arme sind vom Kampf taub. Ist dein Verband nötig? Glaubst du, es ist eine ernste Wunde? Du hast eine Axt im Kopf. Guter Dränger, du hast eine Axt in deinem Kopf. Es ist übel. Ich werde sie rausziehen, aber du wirst sicher bald in die nächste Welt gehen. Ach, Valhall soll es sein. Ich weiß, deine ehrliche Antwort zu schätzen. Ich bereite mich also auf die Eindrücke der Totenhalle vor. Ich werde dir den Schmerz nehmen und dich über Beefrest schicken. Es ist Zeit. Weißt du, nicht weit von mir ist eine Methalle. Lass uns doch dort in unseren größten Siegen schwelgen. Nichts ist besser als eine endlose Nacht trunkenen Rums. Um all die ehrlosen Gockel dieser Welt zu vergessen. Nur Skalden und Krieger voller Med und Geschichtendurst. Ja, lass mich dir aus Dreck und Spucke eine Heldensaga weben. Einmal in einer tosenden Schlacht stand ich hinter einem Schildwall und meine Frau kam dazu. Nackt. Und sie begann zu singen. Wir waren so jung, so beweglich in unserem Huga und unserem Verhalten. All deine Feinde sind erschlagen. Du kannst zufrieden sein. Au. Den Kopf behalten. Was ist das, ey? Alter, bist du doch schlagen? Alter. Bist du... Ich hab keine Dinger mehr. Warte mal. Ich bin verkifftet. Wurde, musst du es tragen? Einsammeln. Römisches Artefakt erhalten. Achso, das war da unter dem Stein. Ich denk mal, hä? Was ist denn da jetzt für ein Gegner? Oh, ich hasse Schlangen. Also nicht hier in echt, Alter. Ich meine, gut, ich bin jetzt auch kein Freund von dem. Alter, alter. Aus, 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 aus. Kann der sein, dass ich leicht angekohlt bin. Und wieder Trock... Poren tief rein. Was ist denn das da hinten? Was ist denn das da hinten? Alter, es gibt hier zu viel Scheiß. Also gut, zurück. Okay, das Weltereignis war schon geil, muss man einfach sagen. Weiter geht's. So, jetzt hier aber zur Hauptvision. Äh, ich muss jetzt die Führung übernehmen. Äh, Welt. Wo sind wir denn da? Müssen wir hin. Ah, warte, 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 warte. Muss ich nur drauf? Das da, oder? Es gibt eher das da, ne? Oh ja, da steht's ja sogar. Römische Ruhm. Jedes Reich geht irgendwann unter. Äh, okay. Vor allem, wenn man zu gierig wird. Eine Welt zu erobern ist immer Schwachsinn. Keine Herausforderung abgeschlossen. Danke, dass du sowas mit nem Spiel zeigst. Ist ja nicht so, dass es unbedingt zu Sinn ist. Oh, ich glaub, bei dem Kloster brennt's. Was ist da nun los? Könnten Wikinger gewesen sein. Oh, Eisenherz und Leder. So, jetzt ziehen wir aber weiter. Hat jetzt auch lang genug gedauert. Aber ich denk mal, das wird wie die anderen, dass das ein Squid sein. Machen anfangs viel Story und später fächert's dann ein bisschen auf. Was? Hä? Schlussfolgen. Jungs, das war nicht so geil. Ich glaub, das Schiff steckt für's. Machen wir schnell reißen. Vielleicht wird's mitten auf See gesetzt. Ich hoff's mal. Das war jetzt bescheuert. Ich denk mal, höre, Flussfolgen macht das schon. Fährt voll in den nächsten Baum rein. Und? Das ist jetzt bestimmt nicht... Alter. Alles klar, wir ziehen mal alleine los. So ein Scheiß. Wie viel Meter sind sie zum Ziel eigentlich? Würde eigentlich gehen, ne? Oh, ich liebe es, dass die das so gemacht haben. Und, das ist was. Wir von grad hier ans Villa. Wie hab ich die Tür aufgeschlossen? Alter römischer Brief, wertester Gratian. Der Verlauf deiner Schlacht von Handrianopolis war unglücklich, aber das hieße Geheer ist dir weiterhin treu. Wir würden gern nach Gallien marschieren und es verteidigen, da viele unserer Männer dort herkommen. Die Soldaten sehnen sich nach deinen anregenden Reden und dem jugendlichen Feuer, dass du ihnen in deine Schlacht einhauchst. Betrifft mich in Lungunum. Sobald es dir rechts ist, wir werden Pläne schmieden. Trak ihn zurückerobern. Magni... Warte mal, was war... wer war das? Magnus Maximus. Was ist denn das? Opal. Ja, wir müssen auch irgendwie nach unten kommen, ne? Ungefähr so. Gut, dass unsere denn mal so einen sechsten Sinn wird, so ein Zeug haben. Boah. Alter, was hat denn die Hauskalken? Holy. Naja, dann hast du mir wenigstens ein bisschen gezwungen zu erkunden. Nachdem der Schiff sich selbst versenkt hat. Ich fühle mich schon stärker. Was ist das da? Oh ne, das war's. Wir haben schon wieder zwei Fähigkeitsbogen, die sehe ich gerade. Ich hoffe, die kann man später mal zurücksetzen, damit ich schauen kann, was ich so brauchen kann. Schwerer Schaden. Schleichangriffschaden. Fähigkeitsschaden. Fernkampfschaden. Gesundheit. Wie hat mein Ross? Mein Bob Ross. Ich muss mich in das nehmen. Ups. Was ist denn das? Ich muss mich in das nehmen. Alter, ich kann ihn mal aufweisen. Was muss ich eigentlich machen, um die Fähigkeiten... Was muss ich eigentlich machen, um die Fähigkeiten... Boah. Ich bin überall Schlange. Hä? Hä? Alter, wie ein Umfeld. Das hat voll geil ausgeschaut. Ich soll hier halt auch nicht überall Pfeile verstecken, damit ich da erst recht euer Zeug euch abmoksen kann. Das ist ja wie eine Einladung. Warte mal. Einmal so. Bleib doch stehen! Sehr gut, war's das? Keine Ahnung. Hey, da hinten ist noch einer. Wo kommt denn jetzt der schon wieder her? Da hinten ist auch einer. Hier bleibt doch mal stehen! Alter, der kann Gummeln in den Stein werfen. Was ist denn das jetzt gewesen? Egal, ich bin da drin, falls ich mich suche. Oh, Alter, ich darf einen Schlüssel finden. Lieben uns anweisende Soldaten, Gott, als Töte alle heidernischen Hunde, die in den Überfall in Grenrenbänken kommen konnten. Boah. Boah. Alter. Aua. Ich würde mir mal ein Langschiff geben. Das Schiff bringt den Herald unseres großen Sieges, Lord Wiedemund. Also ich brauche einen Schlüssel für den Scheiß. Hast du einen Schlüssel? Sag mir, dass du einen Schlüssel hast. Reichtum erworben. Ja, der hat einen Riegel. Kohlebahn, Silber, Truschel und Kusskadel-Axt. War das sonst irgendwas? Da leuchtet noch was. Hä? Oh, das ist einfach nur die Markierung, dass der... Ja klar, man kann einfach ignorieren. Du hast nichts gesehen, Bitch. Hör doch jetzt auf, das abzuwehren. Du bist nicht mehr willkommen. Hä? Ich war noch nie willkommen. Ich meine, ich habe hier eingeschlichen. Ich sollte ja nicht mal hier sein. Spähe für mich in die Ferne, Sönen. Okay, passt. Wir sind zufrieden. Oh, oh. Ah, shit. Mal, da hinten haben wir noch einen Freund. Boah, fuck, was ist denn das? Standdatenträger. Wie ist es sich halt jetzt echt verstecken, ne? Ja gut, scheiß drauf. Oh, oh. Ich kann es nicht ewig fliehen. Eindringlich. Da los, kommt hierher. Boah. Boah. Da hat ihn der Sperr erwischt. Ah, ich habe keine Pfeile mehr. Guck mal her, mein Freund. Aua. Mayday, dem geht es nicht mehr gut. Und ich brauche Pfeile. Wo sind denn nur alle meine Pfeile hin? Ach so, ja, die stecken in Köpfen. Ich habe mir meinen Pfeil wieder. Oh scheiße, da hat mir meinen Pfeil wirklich gegeben. Oh. Ach komm, ist das dein Ernst? Ist das auch dein Ernst jetzt? Wow. Das war, wow. Die KI ist heute auf Höchstform, ne?